Hallo, mein Name ist Gernot Koplinger. Ich bin Geschäftsführer der Firma Koplinger in Grünbach bei Freistaat. Wir verlosen von 27. bis 28. April einen Husqvarna Automower. Sie gewinnen genau den für Sie passenden Mähroboter in Wert bis zu 4.000 Euro. Kommen Sie vorbei, füllen Sie den Gewinncoupon aus und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Es erwarten Sie viele Attraktionen rund um den Husqvarna Automower. Untertitelung des ZDF, 2020